Vor ein paar Tagen hatte ich mit zwei meiner Lieblingskontakte in meinem Netzwerk einen interessanten Austausch, und zwar mit Braum und Fabian. Beide habt ihr hier auch schon in einem Einzelinterview, in einem Podcast hoffentlich kennengelernt. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, also Kontextunterhaltung war, wie kann man mit Hilfe von Software, Planungssoftware ganz konkret, den Anwendern, den Unternehmen helfen, optimale Entscheidungen zu treffen. Und der Einstieg oftmals in solche Softwarethemen oder die Lösungen, die eine Software bietet, ist oftmals die bestmöglichen Kosten, den bestmöglichen Kostenpunkt, nenne ich es jetzt mal, einfach zu erreichen. Also einer Planungsentscheidung, also einer Replenishmententscheidung, wie ich wo, wie viele Bestände halte, wie viele Produktionskosten trigger, welche Kosten ich dann auslöse und was ist dann der niedrigste oder beste Kostenfaktor, sage ich mal. Und wir haben uns dann unterhalten, ein bisschen hin und her, und ich fand das total spannend, weil am Ende sind wir eigentlich so verblieben, dass es drei essentielle, strukturelle Entscheidungen gibt, strategische könnte man das auch nennen, Entscheidungen gibt, die man treffen sollte. Also nicht nur die Kosten, sondern auch zwei weitere. Und da möchte ich mit euch ganz kurz hier in einem, hoffentlich jetzt mal, diesmal Solo-Podcast-Quickie drüber reden. Ihr wisst, ich sei beim Supply Chain College. Für alle, die im Auto hören und es jetzt nicht online sehen auf YouTube oder so, ich helfe euch, Supply Chain-fit zu werden. Und ich bin Martin, dein Supply Chain-Coach. Kontext soll sein, Season Operations Planning. Dann, das ist eigentlich das Vehikel, der Management-Prozess in einem Unternehmen, der zum Beispiel monatlich dazu hilft, die ganzen verschiedenen Teilnehmer der Entscheidungskette zu kalibrieren, abzustimmen. Und dieser Prozess sollte eben auch dafür dienen, die Unternehmensstrategie mit der Supply Chain-Strategie immer wieder abzustimmen, zu alignen, wie man so schön auf Englisch sagt. Und wenn ich Entscheidungsträger nenne, dann rede ich wirklich von Vertrieb, Marketing, Einkauf, Produktion, Supply Chain, wie auch immer ihr organisiert seid. Alle Teilnehmer, die irgendwo an der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt hier auf dem Kanal, ohne Supply Chain-Strategie könnt ihr keine Unternehmensstrategie haben. Die Frage ist jetzt, was ist die richtige Supply Chain-Strategie? Und da geht es eben um diese drei Themen, die ich jetzt im Intro, wenn man das so nennen kann, angesprochen habe. Bevor ich da drauf eingehe, Mini-Exkurs, aber da habe ich schon zig Video-Beiträge oder Podcasts zu gehabt. Was ist Sales Operations Planning? Das ist mehr oder weniger der Management-Prozess, der in der Regel, oder sagen wir mal so, regelmäßig, oftmals monatlich durchgeführt wird, wo man wirklich vom, auf Englisch gesagt, Demand-Review, Off-Supply-Review, Demand-Supply-Reconciliation und dann gibt es noch ein Executive-Review, durchgeht. Also man stimmt die Absatzplanung, vielleicht mit der Finanzplanung ab, gewinne ich Kunden, verliere ich Kunden, habe ich Ausschreibungen gewonnen, verliere ich Verträge, wie ändert sich mein Portfolio, was geht rein raus von Produkten, wachse ich oder das Gegenteil, wachse ich anhand von Preis oder wachse ich mit Volumen? Das ist so der Teil im Demand-Review. Dann im Supply-Review geht es eben darum, Richtung Lieferantenproduktion, die ganzen Kapazitäten, zum Beispiel abzuschließen, die ganzen Beschaffungskosten. Demand-Supply-Reconciliation ist eben die Abstimmung von Demand und Supply. Kann ich überhaupt einen Bedarf befriedigen? Wie muss ich meine Nachschub-Liefer-Supply-Seite formen, um den Absatz überhaupt zu realisieren? Oder halt nicht. Was ist dann wiederum zurückgekoppelt? Die Konsequenz auf die Absatzplanung oder die Einnahmen und so weiter. Und dann gibt es on top eigentlich noch immer diesen Executive-Review oder das Management-SNOP-Meeting, wo man dann auf Geschäftsleitungsebene, Vorstandsebene, nochmal die finalen Entscheidungen trifft. Und dann beginnt der Zyklus eigentlich schon wieder von vorne. Das ist jetzt ultra schnell Durchlauf, Sales-and-Operations-Planning. Um ein effektives Sales-and-Operations-Planning-Meeting durchzuführen, da habe ich auch schon Beiträge zu, mit sehr, sehr viel Details, sollte man eben die Unternehmensstrategie kennen und dementsprechend auch die richtige Supply-Chain-Strategie daraus abgeleitet haben, um dann halt dort die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt gehen wir mal rein in die drei Punkte. Der erste Punkt, den man machen könnte, und da möchte ich eben gerne auch das goldene Dreieck, wie ich es immer so nenne, oder das magische Dreieck über das Bram, auch in seinen Büchern schreibt, Bram des Met, Strategy-Driven Supply Chain, Rethinking Supply Chain zum Beispiel. Möchte ich das nochmal ganz kurz auch wiederholen. Also Dreieck, Service, Kosten, Kapital. Im Service ist eben nicht nur die Produktverfügbarkeit der Kundenservice, da kann man auch Absatzplanungsgenauigkeit, also Focus Security, solche Themen reinhauen. Dort kann man die Portfolio breiter, Tiefe, wie auch man es nennen mag, Mehrwertdienste den Kunden gegenüber, also Dienstleistungen, sage ich mal, mit reinrechnen. Auf der Kostenseite klassisch alle Kosten, Beschaffungskosten, Herstellungskosten, Logistikkosten, so Themen wie Abschreibungen und, und, und kann ich da alles reinpacken. Und auf der Kapitalseite, auf der Cash-Seite sind Investitionen oder Bestände. Und der Bestandsteil ist jetzt vor allem wichtig für den Rest dieses Solo-Podcasts. Und ihr wisst auch, das wiederhole ich jetzt nochmal, die Service-Ecke könnte man auch, sage ich mal, für die Einnahmen stellen. Einnahmen minus Kosten ist das Betriebsergebnis. Oder EBIT, jetzt sehr simpel, das kann man viel komplizierter machen. Und dann wiederum das Betriebsergebnis oder den EBIT oder das EBIT, weiß gar nicht, wie man es sagt, geteilt durch das investierte Kapital. In dem Fall zum Beispiel durch die Bestände ergibt diese sogenannte Kapitalrendite oder Returned Capital Employed Rosie, wie ich es wahrscheinlich jetzt in Folge des Beitrags weiter nennen werde. Die erste Optimierungsmöglichkeit ist zum Beispiel, ich optimiere die obere Ecke, die Service, die Einnahmen-Ecke. Das heißt, ich möchte so viel wie möglich verkaufen, also meinen Umsatz so hoch wie möglich treiben. Und da muss ich mir eben die Frage stellen, wie viel Kosten kann ich mir erlauben? Das ist die erste Entscheidung. Und so kann ich mein ganzes S&OP-Meeting, meinen Kreislauf, sage ich mal, kalibrieren. Die zweite Entscheidungsmöglichkeit, die ich habe, ich möchte die Marge optimieren. Also könnte ich eigentlich auch sagen, ich möchte mein Betriebsergebnis optimieren, den Profit optimieren. Ich benutze ein paar Synonyme jetzt dafür. Und da ist die Frage, welche vielleicht Verkäufe, welchen Sales möchte ich denn nicht machen, um die optimale Marge zu haben? Es gibt irgendwann Verkäufe, wenn ich die generieren möchte, dann muss ich zu sehr, sehr hohen Kosten deutlich höhere Bestände, deutlich höhere Abschreibungen, deutlich teurere Lieferanten, deutlich teurere Produktionskapazitäten, die ich mir erkaufe, durch die Agilität, durch die Geschwindigkeit, ja durch was auch immer, muss ich mir das entsprechend auch teuer erkaufen. Und deshalb ist bei der Margenbetrachtung, Profitbetrachtung die Frage, ja, welche Verkäufe kann ich auch mal links liegen lassen, realisiere ich nicht, weil ich optimiere mich auf mein Betriebsergebnis, auf die Profitabilität. Und der dritte Punkt, und das ist eigentlich der Punkt, den ich persönlich am besten finde, den Bram auch sehr stark in seinen Büchern und Vorträgen nach vorne erhebt, ist diese Return on Capital Employ, die Kapitalrendite, so ein bisschen der Investoren, Blick auf ein Unternehmen, wie ist denn überhaupt das Verhältnis, wie ist die richtige Balance zwischen Einnahmen, Kosten, Kapital? Und vielleicht sollte ich so investieren, dass ich den besten Return habe. Wie nennt das auf Englisch? Ich glaube, Bang for the Buck. Das möchte ich euch jetzt gleich mal zeigen. Für die, die auf YouTube zuschauen und wer es jetzt nur auf Spotify, Apple Podcast irgendwo hört, empfehle ich euch auch mal hier und da meinen YouTube-Kanal dazu abonnieren. Ist natürlich der gleiche Inhalt, aber manchmal zeige ich eine Präsentation, manchmal zeige ich ein Excel-Sheet. Und ich werde jetzt mal auf mein Excel-Sheet springen und euch mal zwei, drei Dinge erklären. Ihr könnt aber gerne beim Podcast auch dranbleiben, denn ich glaube, das ist trotzdem noch spannend, um das Thema abzuschließen. Jetzt sind wir mal kurz rüber in Excel gesprungen. Ich habe euch mal ein kleines Beispiel aufgebaut. Und zwar möchte ich hiermit einfach nochmal ein bisschen verdeutlichen, dass ihr sowas auch wirklich mal recht simpel simulieren könnt. Und ihr könnt euch für ein S&OP-Meeting auch generell für irgendwelche Entscheidungen, die ihr tagtäglich als Supply-Chair-Manager zum Beispiel treffen müsst, mal solche kleinen Hilfstabellen bauen, um euch mal mit ein paar einigermaßen realistischen Zahlen ein Szenario zu bauen und zu gucken, welche Parameter haben dann welchen Einfluss. Und ihr seht jetzt hier viele Spalten. Ich werde die jetzt nicht alle erklären, vor allem für die Zuhörer nicht. Wir haben aber einmal verschiedene Produkte und ich habe hier mal vier verschiedene Service-Level, also Produktverfügbarkeiten oder Serviceversprechen den Kunden gegenüber aufgeschrieben. Angefangen bei 99,8 Prozent. Also da nehme ich jetzt einfach mal an, dann können wir 100 Prozent des Umsatzes realisieren, weil die Kunden, wenn man was nicht gleich verfügbar ist, auch warten, bis zu 95 Prozent nach unten. Dagegen habe ich mal Sicherheitsbestand angenommen. Ich habe mal angenommen, wenn ich 99,8 Prozent Service-Level erreichen möchte, dann brauche ich zum Beispiel 30 Tage Sicherheitsbestand. Wenn ich jetzt aufs Gegenextremen gehe, 95 Prozent Verfügbarkeit, reichen mir vielleicht zehn Tage Sicherheitsbestand. Ihr seht es dann hier auch, das hat natürlich kostenmäßig eine recht große Auswirkung mit den Cost of Good Souls, die ich angenommen habe. Da sieht man jetzt schön, dass wenn ich die 30 Tage Bestand haben möchte, dann habe ich im Durchschnittsumme fast an die 4 Millionen, hier 3,7 Millionen Euro Durchschnittsbestand. Bei 95 Prozent Service zu sprechen, reichen wahrscheinlich nur zwei Millionen Euro Durchschnittsbestand über die Annahme, die ich in der Tabelle habe. Wie gesagt, die, die auf YouTube sind, kann man Pause machen und die Zahlen natürlich sauber anschauen. Ich habe mir dann mal Bestandshaltekosten ausgerechnet. Ich habe einen Wert Euro pro Palette und dann wie viel Euro pro Palette pro Monat ich ungefähr zahle, angenommen. Ich habe mir angenommen, dass zum Beispiel 5 Prozent vom Verkauf, 50 Prozent vom Verkauf sind meine Cost of Good Souls, also meine, nennen wir es mal, Gestehungskosten, grob, ja, Bezugs, Beschaffungskosten, Herstellkosten, je nachdem, kann man ungefähr als Synonym benutzen. Jetzt ohne es kompliziert zu machen, da kann man auch ganz viel reinrechnen natürlich, aber simpel nähern reicht sich, dann sieht man schon ein bisschen die Verhältnisse, die Unterschiede und je enger man beieinander ist, dann muss man auf die Details achten und vielleicht zu einer Simulation mal hinzufügen und was man eben auch sieht, jetzt kommen die drei hier rot markierten Spalten, dass dann wirklich für diese drei Entscheidungen ich gesprochen habe, also ich möchte meinen Verkauf, meine Verkaufserlöse, meine NetSales, habe ich es hier genannt, optimieren, ich möchte den Profit optimieren und zuletzt eben hier ganz hinten den Return on Capital Employed und was man eben so schön sieht, jetzt ohne weiter dran rumzuspielen, ich habe hier einfach einen ganz simplen, einfachen Lost Factor, habe ich es genannt, angenommen und Lost Factor, da denke ich an so Dinge wie administrativer Aufwand, um Reklamationen, unzufriedene Kunden zu bearbeiten, irgendwelche Nachlieferungen, Express-Lieferungen und so weiter zu stemmen, damit können wir dann auch gleich spielen, weil ich glaube eben dran, dass man ja jetzt als Beispiel 100% Umsatz erreichen würde und dann ein Service Level von 98% nur hatte oder glaube ich mal bei einfachem Beispiel 95%, dann verliere ich vielleicht mehr als nur 5%, wenn ich das jetzt im Dreisatz umrechnen würde, weil ich halt eben gewisse Zusatzaufwände habe oder auch mal einen kompletten Kunden oder mehrere Kunden vielleicht auch für immer verlieren, dann habe ich wieder Akquisitionskosten und so weiter und so fort. Also daher Loss Faktor 1 ist wirklich wahrscheinlich absoluter Best Case, wahrscheinlich muss man auf 2 bis 3, vielleicht auch höher, dann könnt ihr mir eure Meinung gerne mitteilen, setzen. Und was man eben so schön sieht, wenn das jetzt alles stimmen würde, dann sieht man zwar, wenn ich jetzt einfach nach dem Umsatz optimiere, sollte ich natürlich den höchsten Service Level versuchen zu erreichen. 100% ist nicht realistisch, Achtung, denkt dran, alle die sich mit Supply Chain Management auskennen, habe ich hier auch schon beim Sicherheitsbestandsberechnungsvideo und 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 bin ich auch schon drauf eingegangen, aber dann hätte ich hier in dem Fall jetzt zum Beispiel 5 Millionen Euro Net Sales machen können. Bei 95% würde ich vielleicht nur mit dem einfachen Loss Faktor 4,7 Millionen, 4,75 Millionen Euro Umsatz machen. Und entsprechend, je nach Kosteneinsatz und so weiter oder nicht Kosteneinsatz benötigten Kosten, besser gesagt, habe ich dann natürlich einen entsprechenden anderen Brauchwertabilität oder Marge. Wenn ich das im Verhältnis dann zu dem eingesetzten Beständen, ich ignoriere jetzt mal Investitionskosten oder so, die vielleicht auch hier und da mal eine Rolle spielen, je nach Szenario, ob du eine neue Anlage kaufen müsst und so weiter irgendwo in Gebäude, in Maschinen und so investieren müsstet, dann rechne ich eben den Profit geteilt durch den durchschnittlichen Bestand hier und dann sehe ich eben, dass ich mit in diesem Fall mit dem niedrigsten Service Level von 95% über 100% Rendite hätte und wenn ich und wenn ich auf eine super hohe Verfügbarkeit und eine super hohe Sales Optimierung gehe, hätte ich gerade mal knapp über 60% Profit. Also wenn ich das jetzt, wenn jetzt ja alle Annahmen richtig wären, jetzt mal nur in dem Beispiel, dann sollte ich vielleicht, wenn ich die ausbalancierte Betrachtungsweise habe und jetzt nicht unbedingt so viele Kunden verliere bei 95% Verfügbarkeit, sollte ich mich vielleicht für den niedrigeren Service, niedrige Bestände, niedrige Kosten entscheiden und ein paar Abstriche im absoluten Umsatz hinnehmen. Ich spiele jetzt mal ganz kurz mit diesem Loss Factor, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Faktor 3 gehe, dann seht ihr, dann fängt es an zu drehen, weil dann verliere ich, jetzt übertrieben gesagt, dreimal so viel Umsatz, ich verliere dreimal so viel Profitabilität am Ende vom Tag und dann fängt es an, hier hinten umzuschwingen, dann müsste ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen, dann wäre nämlich der 95%ige Service Level nicht mehr richtig, sondern dann wäre vielleicht hier das Optimum jetzt in diesem Beispiel knapp über 98%. Warenverfügbarkeit und dann sollte ich eben, was ist das, fast eine halbe Million Euro mehr Bestände an Lager legen und so weiter. Ich kann aber auch, ich setze es mal ganz kurz zurück hier auf eins, das ist mir nämlich jetzt ganz, ganz wichtig, es kann nämlich aber auch sein, um die nächsten Euro, Franken, Dollar, was auch immer, an Umsatz zu erzielen, brauche ich vielleicht eine Million Euro zusätzliche Kosten, weil ich eben in ganz, ganz teuren Lieferanten oder mit teuren Logistikkosten und so weiter, Qualifikationskosten und so weiter, Auditkosten aufschalten müsste, dann seht ihr auch, dann verhaut es mir meine Kosten, ja, also dann sollte ich das einfach aus Kostens, Margensicht, wenn ich auf die Profitabilität schaue, auf keinen Fall tun, auch im Return of Capital Employed sehe ich das bei so einem signifikanten Szenario sehr stark. Mehr möchte ich euch jetzt gar nicht langweilen mit diesem Thema, ich wollte euch hiermit nur veranschaulichen, mal eben, die, die auf YouTube gucken, jetzt noch zum wiederholten Maler, die wir vielleicht mal gestoppt haben, rangesoomt haben, jetzt an diese Tabelle, dass ihr euch bitte Zahlen, Daten, Fakten sammeln solltet, und wenn ihr die Zahlen, Daten, Fakten nicht habt, dann trefft Annahmen und hinterlegt die und stimmt die mal mit ein paar anderen Stakeholdern, mit eurem Controller, mit euren Vertriebskollegen und so weiter ab, um zu den besten Annahmen zu kommen, dass ihr mal ein richtiges, relevantes oder einigermaßen relevantes Szenario nachbauen könnt und wie gesagt, fragt vor jedem oder nicht vor jedem, bevor ihr S&OP wirklich startet, implementiert, klopft doch mal bei den Stakeholdern ab oder bei der Geschäftsführung und dem Vorstand ab, was ist denn eigentlich unsere Strategie, ist das so klar, welche der drei Faktoren optimieren wir, optimieren wir den Sales, optimieren wir die Marge, optimieren wir Return on Capital Employed, die Balance aus allem, was jetzt meine Präferenz wäre, aber viele Unternehmen ticken leider in EBDA und so weiter und nicht wirklich in Return on Capital Employed, aber als Investor solltet ihr vielleicht auf diese Sachen gucken und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man auch Unternehmensentscheidungen mehr am Return on Capital Employed ausrichtet. Das soll eigentlich diese Kernbotschaft sein, wie gut Rosie sein kann, dass ihr euch Hilfstabellen für eine faktenbasierte oder auch fakten-schräglich- annahmenbasierte Entscheidungsfindung zusammentragt, irgendwelche drei Möglichkeiten es gibt, um strukturell euren SNOP-Entscheidungsprozess anhand der Unternehmensstrategie auszurichten. Ich hoffe, dieses kurze Video war nicht wieder zu konfus, weil ich ja wie immer alles ungeskippt mache. Ich habe nur mal diese Tabelle ganz schnell für euch vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Lasst mich es gerne wissen. Kommentiert, liked, abonniert, teilt den Podcast oder die Videos, da würde ich mich sehr freuen. Und lasst mich doch auch gerne wissen, welche Beiträge euch in Zukunft noch so interessieren würden. Ich gucke auch, dass ich demnächst mal wieder ein paar Interviews bringe. Ich habe schon eine ganz lange Liste an Gästen, die ich anfragen möchte. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Ciao.